Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT, mit dabei ist der TauTau, der Nils, mal wieder der Nephias, der Fisch, der Dalo, die Juli, der geile Gamer Grant, ausnahmsweise auch mal wieder Goro bei, und der Maxi McFly. Hallo, Freunde, Juli und tausendste Folge bei Kundran, mehr Folgen als ich. Aber weniger als ich. Dalo vergisst nämlich immer die Hälfte der Folgen hochzuladen. Am Arsch, ey. Am Arsch, TauTau. Hast du nen PC, guck. Ich hab nur die Map OMG vergessen, ja? Am Arsch hast du ja den PC. Das war ein Highlight. OMG ist die beste Map. Ne, das ist die beschissenste Map gewesen. Gut, dass du die nicht hochgeladen hast. Ich wollte die den Zuschauern gerne zeigen. Die Folge wurde halt dann nicht hochgeladen, weil man sich danach nicht mehr verbessern konnte. Danach wäre TTT zu Ende gewesen. Ja genau, das ist die Folge, wo TTT dann zu Ende ist. Wir haben das Serienfinale abgedreht. TTT darf nie zu Ende gehen. Ist Kundran schwarz, oder wie? Das Ende haben wir schon zu Anfang abgedreht. Die ganze Story ist fertig, Leute. Irgendwer hat mich failen sehen. Aber ein paar Staffeln kommen noch. Ihr dürft aber noch raten, wie viele Staffeln noch kommen. TTT gibt's gar nicht mehr. Und dann machen wir doch nochmal weiter. Die Einschaltquoten waren zu gering. Musst ein schnelles Ende finden. Dann laden wir das Staffelfinale hoch. Dann laden wir das Staffelfinale hoch. Das Staffelfinale kann auch jederzeit kommen. Mann! Kommt die Simpsons Hit & Run Staffel 3. Das ist so ein bisschen wie so Rückblicksfolgen, wo aus alten Folgen was zusammengestoppelt wird. Hallo, du bist geschoppt. Was hat er denn eingekauft? Weihnachtsgeschenke für uns? Ja, und einmal gegen die... Tautau hat grad geschoppt. Aber er darf. Lieber Gunter da, Luca. Schau uns nicht so böse an. Los, ich push ihn. Ich decke deine Route ein. Außer die OMG-Folge. Ja, du hast eine vergessen. Nein! Wir sind auf Gefängnis. Boah! Einschluss! Hä, ein Stopp? Das ist doch am Arsch. Am Arsch hab ich hochgeladen. Na ja, wir haben das öfters gespielt. Am Arsch. Am Arsch. Hallo! Das ist auf mich. Hallo! Das ist hier. Nils kickt mich runter. Das gibt einen Minuspunkt. Hallo, ist das Graschen immer so hoch gewesen hier? Wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht. Ich bin auf den Stuhl. Hey, Tautau. Scheiße, ich bin fast tot. Ist das der Busch? Ist das der Busch? Ist das der Buschmann? Das ist ein Gorilla-Kämpfer hier. Das mach ich auf der Schiff. Wo werde ich wieder raus? Mach das mal. Super lustig. Verlierst halt 92 Leben. Aha, voll lustig. Sterbst du fast. Nein, ich geh nicht. Nein, da bin ich tot. Hallo, dallo, dallo. Welches Haus? Wow. Du kriegst die Haxen nicht hoch. Da liegt einer. Hier liegt einer. Ich komme. Au. Maxi wurde... Ah, er wurde, glaube ich, vom Auto erwischt oder so. Nein. Er wurde doch vom Auto erwischt. Na nicht wie? Oder mit einer Schockgann erschossen? Ne, Auto. Keine DNA gefunden. Was ist da los? Ne, zeigts nicht aufs Auto. Ne, holt mal nicht. Nils, ey, du bist ja... Töte dich selbst, bitte. Tauta, was sagst du zu den Reichen? Was soll das denn bitte gerade? Was soll das denn bitte gerade? Also, am Auto klebt auch Blut. Am Arsch. Am Arsch klebt Blut. Hämorrhoiden. Oh, unwitzig. Wer verfolgt... Hey! Unter mir! Kunran! Kunran! Warum ruft Nephi random meinen Namen? Wieso glaube ich das nicht? Random deinen Namen? Ja, ja, ja. Ja, natürlich ruft er random meinen Namen. Ja, ja, random Kunran! Auf mich und Tautau! Auf mich. Random Kunran ist gestorben. Auf mich und Tautau! Ich hab Kunran... Also... Detective... Lebt Detective noch? Ne, ne? Doch, einer. Nephi ins Gras gebissen. Wie kommen wir da hoch? Ach du Scheiße. Was macht das? Das war ein Deathsets wieder für... Okay. Was ist das hier für eine Kamera? Gordon Freeman saved my life, ey! Okay. Gordon Freeman saved my life. Nils! Vor der Rock, ey! Geil! Noch ein Friendship. Ich seh nix. Dann ist es Fisk, wenn noch ein Friendship war. Ja, das war immer ich. Ich hab doch grad Kunran gemacht, deswegen war ich's. Guter Move von dir, Fisk. Aber nicht gut genug. Ah, geil, ne? Oh mein Gott, ich hab ins Licht geschaut. Wer schießt da? Sehr gut. Okay. Da ist ein Traitorfalle, ja, ja. Jetzt geh nochmal zurück zu dieser Maschine, die leuchtet jetzt grün. Eben leuchtet die... Ja, man kann da Leute zum Melon verarbeiten, glaub ich, oder so. Und dann bin ich da reingefallen. Hallo, Gordon Freeman saved my life, Lieber. Tautau. Ja, ey. Melon, ne? Melon. Oh. Du warst Traitor. Ja, ich war Traitor. Ich hatte Juli als Ziel. Baby oder was wolltest du schießen? Ja, ich hab's gemerkt. Pistol, sie hatte ja so wenig Leben. Ich hab's dir da noch mit einer Pistol einfach erschossen. Du bist so ein Unmensch. Ich find ihn gut. Das Problem ist einfach nur, ich hatte noch einen bloody Knife, wollte dann Tautau damit töten. Einen hast du auch noch nicht. Er hatte aber irgendwie ein Helfling. Ja, ja, ich hab ihn auch erwischt. Aber er hatte so ein Helfling, weswegen ich mehrmals zugestochen habe. Und dann jedes Mal wie ein Beklopter auf meine Maus gehauen hab. Danach hab ich ihn dann getötet. Dann hat die Waffe automatisch auf den Friendship gewechselt. Und ich hab noch mal geklickt. Scheiße. Das Gleiche bin ich vorhin durch die Spiegel geklickt. Und auf einmal hör ich's bei Gwenzel Musik. Ich so, ach, alles klar. Oh, die Wippe kann sich hier voll durch die Erde ziehen. Die Witwe? Die Witwe. Die Witwe. Hey, Dalu hat grad ein Ding uns dann gemacht. Was? Dead Ringer. Ich hab Gordon Freeman save my life angemacht im Radio. Mach doch Dead Ringer Test. Dead Ringer Test erlaubt. Wir haben hier ein Verkehrsopfer. Was? Detective Goro bei. Sehen Sie mal, wir haben hier ein Verkehrsopfer. Will von dir gar nichts sehen. Hier. Er hat dich Opfer genannt, Goro. Oh, ich hab mich Opfer genannt. Boah. Das ist ja so 2003. Was machst du mit der Leiche? Hallo, kann ich Ihnen mein Menü anbieten? Mach's nicht, ja? Versuch's nicht wieder. Hier gibt's glanzleckeres Essen heute bei uns. Hä, die haben den Teppich einfach ins Bett verlegt. Schauen Sie. Schauen Sie, Juli. Nefi und Kundran sind auf dem Kinderspielplatz. Das ist ja wohl pervers. Was? Kann ich Ihnen das für Essen anbieten? Nefi, hat mich verfolgt. Ja, aber ich bin entgegenkommen. Ich bin ja rückwärts gelaufen. Ich bin Michael Jackson. Versuch den jetzt nicht grad selber umzubringen. Was macht ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Was macht ihr eigentlich? Ihr macht das von beiden Seiten gleichzeitig. Was macht ihr eigentlich? Das kennt man aus dem anderen Spiel. Ich dachte, das fällt auf dich rauf, ey. Was ich gemacht hab. Toll, Nils, hast du super gemacht. Das klang jetzt so. Als er Tauta auf die Straße geschissen hätte und sagt so, guck mal, was ich gemacht hab. Nefi hat mich grad angeschossen. Ja, der hat eben mich auch verfolgt. Oh, jetzt hat er die gewechselt. Jetzt will wir das wissen. Komm hier, Nefi. Oh, I'm free, man saved my life. Was tut? Da passiert gleich was. Da passiert gleich nichts Gutes. Oh, 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 oh. Nefi. Kann man den zur Melone machen? Bestimmt. Au. Oh, oh, oh. Alter, man, Baby. Von wem kam das? Juli hat ein Baby geworfen. Rausgepresst hat sie. Max nimmt an der dreckigen Flossen davon weg. Das ist seine Juli. Tschüss. Ach, das ist seine Juli. Scheiße. Da waren aber keine Credits mehr drin. Das heißt, Maxi hat die rausgehoben. Maxi ist es. Deswegen. Mit was wollte ich da schossen? Moment, da connected einer. Ich muss kurz was drauf an. Wie heißt der? Mit der McTel. Was hab ich in der Hand? Apropos, unser D, da wurde keiner geschossen. Wie ist der D zum gefallen? D ist umfallen. Mit dem Sniper hat AWP, AWP, Sniper. Ja. Okay, weg, weg hier. Dann ist es Fisk. Der ist der Einzige, der hier nicht steht. Ja. Er ist der Einzige, der hier nicht steht. Er müsste irgendwo aus der Richtung kommen. Genau, du Efi. Jo. Warst du das, Tautau? Das jetzt? Ach, Scheiße. Tautau, er hat doch einen Traitor gekillt. Er hat mir ins Kreuz geschossen. Bist du sicher, dass er... Tautau hat mich auch schon geschubst. Ja, dann tötet mich hier, wenn ich nur zwei bleiben. Eigentlich irgendwo noch Munition rum. Da hinten ist jemand. Ja, ich war das. Oh, damn, Freeman. Das ist... Nephi. Ja, aber ganz ehrlich. Nephi, Tautau. Ich glaube, es ist leider wirklich Fisk irgendwo. Ja, wo ist Fisk denn? Wo versteckt er sich hier da? Ja, hier oben im Haus denn. Ich glaube, ich weiß, wo er sich versteckt. Alter, hier sind tausend Sachen. Löt hier reinzukommen. Ich hab Fisch getötet. Weißt du, du hast den Fisch getötet? Na, da liegt er. Hat er gar nicht. So wie er das gesagt hat, ist er der andere Traitor. Frei zum Abschluss. Was? Kommt dran! Die Leute sterben einfach nicht mit einer Nadelkrieg im Kopf. Das neue Passwort ist jetzt Macadilla. Töte mich, Nephi, schnell. Easy, easy. Töte mich! Aber da liegt ein Friendship rum! Detective Befehl! Nein! So spät. Nephi hat sich dann detectives wiedergesetzt. So spät. 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 Wo die Folge online kommt, meine ich. Ach so, das kann sein, ja. Das kann sein, ja. Ja, ja. Ist heute der 17. schon? Ich weiß nicht. Ja, doch. Danach. Nee, das ist sogar schon die nächste Woche, wenn das raus... Nee, ist ein Wochenende von der Woche, genau. Also viel Spaß mit Star Wars. Das Wochenende. Möge die Wochenmittags sein. Haben schon alle geguckt, ey. Genau, haben wir schon alle geguckt. Aber Dalu, du kannst doch eigentlich nicht für Star Wars sein, oder? Bin ich auch nicht. Weil du bist doch ein Trekkie. Dalu kann doch auch kein Trekkie sein. Doch, ist er doch. Dalu ist doch gegen alles. Wie soll er denn Trekkie geben? Gegen alles, was gegen Star Trek ist. Hat er? Ich wollte auf mein neues Auto. Lügenpresse, ey. Nicht gegen alles wär's, Fisk. Au. Fisk ist einfach gegen alle. Fisk ist der Antimensch. Fisk ist der größte Antimensch, der existiert, ey. Der Antimensch. Der Antichrist, ey. Ich finde es doch, dass Dalu mal fliegen kann. Ich will auch fliegen. Nee, wie irgendwas ist ja in der Fall... Ja, ich weiß. Aber ich will ja immer noch wissen... Wenn Dalu geflogen ist, ist es ja Traitor, Juli, nun mal so. Aber ich will ja immer noch wissen, ob das war wegen man auch schiss ist. Hey! Fisk! Hey! Was hältst du eigentlich von der These? Wo ging der hin? Welche These? Dass Jar Jar Binks ein Cis-Lord ist. Ich hasse Jar Jar Binks und ich bin auch kein großer Star Wars-Kenner. Auf wen ging der Fisk? Warum? Aber du guckst dir das Video dazu an. Okay. Die Erklärung, warum Jar Jar Binks ein Cis-Lord sein könnte, fand ich sehr interessant. Also es muss sich ja aufklären, wer dieser Kylo Ren ist. Das wissen jetzt die meisten wahrscheinlich schon, weil sie den Film gesehen haben, wenn diese Folge rauskommt. Aber es könnte ja Jar Jar Binks sein oder Luke Skywalker. Was? Ich versteh nicht, warum wir Jar Jar Binks sind. Eingekopft Alu, ja? Geh nicht, warum wir über Star Wars reden. Der ist doch total nett gewesen, Jar Jar Binks. Hä? Ja, aber den guckt ihr einfach mal dieses Erklärungsvideo an. Ja, genau. Ich killte ihn einfach. Ist euch nicht mal aufgefallen, dass Goro so ein bisschen wie Jar Jar Binks das ist? Oh, das ist eine Beleidigung, Goro. Mach ihn fertig. Oh, 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 oh No Mesa. No Mesa. No Mesa. No Mesa. Okay, das akzeptiert, Nils. Das einzige, was fehlt, sind seine Ohren, die rumflabbern. Hä? Sicher? Dafür flabbert was anderes. Hä, da war irgendein Höllen, in der Horror-Tool. Der Brüste. Die Brüste, sowas Max. Und Nils. Ey, der schockt da gerade. Nefi und Goro wollen mich sowieso machen, ja. Ey, Fist, du hast es doch auch gesehen. Ja, klar. Es ging mehr darum, dass du... Nefi, warum ist Nefi verletzt? Nefi snipert hier hinten. Er ist vom Dach gefallen. Er hat auf den Baby-Launcher. Nefi hat ein Baby. Hier, das ist ein Baby. Hast mich die ganze Zeit angeguckt. Er hat auf mich geschossen, richtig. Mach den... Ey, friendship! Guck mal, wie schlecht der geht. Voll daneben, der Friendship. Guck, da fliegt er wieder, Mann. Komm, wir müssen das Auto auf den da oben schmeißen. Gut, dass du Dach... Wer ist denn der da oben? In dem Moment habe ich gemerkt, dass ich keinen Fehler gemacht habe. Ey, komm nicht mehr runter jetzt. Du die wieder, oder was? Komm, wir werfen ihn mit Stein. Ach, den da. Ihr müsst den Stein einfach wegschießen. Au, au, ich krieg... Oder einfach hier Tautau umbringen. Tautau umbringen solltet ihr. Ich hab die Geld drauf. Tautau ist zusammen gesangt. Tautau ist da und... Fuck you. Da liegen aber noch ein paar. Oh, da hat es jemanden erwischt vom Prop, oder? Der Nils hat sich runter... Abgestürzt. Abgestürzt, Nils. War ja klar, dass er wieder einen Abknicker schiebt. Abknicker, Abknicker. Hast du eigentlich das Item? Ich hab Tautau getötet. Ne, ne. Dem er McFly hingerichtet hat. War ein Diegelschuss, das war ich. Ja. Guck mal, wer lacht in den Schuss, glaub ich. Der ist jetzt doch der andere, weil Trader haben wir noch. Also ich glaub, einer von uns ist Dalu. Ich hab einen Trader umgebracht. Hast du gar nicht. Ja, es können ja nicht so viele sein. Dalu... Dalu ist safe. Dann können's... Dalu ist überhaupt nicht safe. Da bist du auch. Okay, dann sind's Nephi und Dalu wahrscheinlich. Nein, ich bin ja auch Inno. Ja, aber wieso widersprichst du denn dem Dete? Weil ich... Ich hab den Dete nicht wieder... ...spieler. Alter, du hast geschossen, aber Tautau schon lange tot ist. Doch, du hast gesagt, Dalu ist safe. Ja, Dalu hat doch den Trader erschossen. Nee, das war überhaupt nicht. Dalu hat den ersten Schuss dafür gegeben, als Tautau tot war. Jetzt hab ich ja nicht gesehen. Dann hab ich ja jetzt die Kat-Leiche. Und dann guckst du mit dem... Ist doch lang genug... Ja, ich guck jetzt mit dem scheiß DNA. Ja. Ja. Ja, geht nicht mehr. Ist zu alt. Bestimmt. DNA ist simpel, ist zu alt. Im Chat steht, dass der Detektiv seine DNA gefunden hat. Das ist die Kate. Ey, Fiss, jetzt lass dir nichts erzählen, Mann. Ja, echt? Alter, ich klang auch jetzt erstmal ab. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Jar Jar Binks. Hast du... Was hast du gemacht? Was ist da passiert? Ich seh's von meiner Position nicht. Das ging zu einfach. Der ist im Deadwinger, oder? Ich glaub ja. Das wäre zu einfach gewesen. Komm ich da nicht zurück? Wer ist das? Ich. Bist du's? Nein. Wie kommen wir da hoch? Gar nicht wahrscheinlich, oder? Wie ist er denn da hochgeflogen? Das ist ein Traitorgang, ist das. Warte, dann ist ja richtig. Ah, nee, er hatte das Ding, ne? Die Lupe. Gut dran. Wie kannst du das überleben? Granz, du... Das ist physikalisch und wichtig. Ich verstehe auch nicht, wie viel ist das so ein Hells-Ball-Fist. Nein. Warum überleben wir alle ne Ladung Schrot in den Kopf heute? Also ich bin... Nein! Das... Garten Freeman save my life. Nicht erschrecken. Fast keine Muni mehr ist das Problem. Ja, er ist hier über uns auf dem Dach. Ah, nee, Kundra lebt noch. Na gut. Dallu. Dwei Headshots von Schneffer. Wenn Goro Jar Jar ist, dann ist durch diese Aktion Jar Jar ein Sith-Flow. Okay. Konflikt. Aber und dann woher? Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Kopf... Das war jetzt so einfach. Du warst überrascht von dir selbst. Aber hast recht, Dallu. Die Macht hat seine Hand geleitet. Wenn ich die Kundenrande, dann hätte ich das natürlich gewusst. Ja, eben. So wie jetzt Sonnacht. Kundenrande, nicht so schlecht. Kunran, der hätte das gewusst, dass das alles Inno ist. Kunran läuft hier zwischen... Wenn ich nicht abgeschossen worden, hätte ich den Schuss gemacht. Kunran hat mein Fenster eingeschlagen. Ich nicht. Kunran meint, er hat hier andere Regeln. Kunran hat meine Waffen geklaut. Aber Kunran ist länger dabei, der darf das Grinch. Du ab und zu mal dabei bist, Goro, hier. Dafür schieße ich ihn in den Rücken. Hey, ich werde nicht geschossen. Und dem Goro auch nochmal. Oh, fuck daneben. Du Arsch! Was, ja, ich hab dich noch nicht mal getroffen. Böse, Grinch. Wenn du so lange dabei wirst wie Kunran. Dann hätte ich schon über taus... Ach, nee, warte. Boah, neue Waffen. Kann man nicht langsam was von rausstehen, eigentlich, dass Grants-TTT-Projekt so folgenmäßig das größte auf YouTube ist? Ja, aber heavy teilt. Ja, und? Ja, aber trotzdem. Trotzdem bin ich... Das ist ja keine Erdarm-mäßig, aber nicht folgenmäßig. Aber, ja, ja, ich mein halt, an Parts. Was gibt's da noch? Dann dreh ich halt jetzt nochmal privaten Parts. Dann würd ich einfach so erschießen, Nephi, oder was hast du in der Gartenhütte gemacht? Ja, Gregor Orng. Gregor Orng. Eine Waffe gesucht? Du hast doch schon einen Sniper die ganze Zeit gehabt, Nephi. Das ging ja auch über 3000 von. Ich werde auch bald ins Guinness-Buch eingetragen. Was machen wir, Nephi, komm. In der Zielstrebig-Direkt-Runde hat angefangen, Rollen wurden verteilt, rennt er erstmal zum Gartenhäuschen. Was hab ich verteilt? In's Guinness-Buch kommst du als... ... und rennt zielstrebig zum Gartenhäuschen. Als bester Gamer. Da fliegt Tautor, Leute, schießt das Ding ab. Wie fangt ihr der YouTube Rewind? Nils hat Tautor abgeschossen. Der YouTube Rewind war richtig schlecht dieses Jahr. Oh, hier wurde jemand getötet. Nein, hier hinten war einer. Oh, guck mal, er wurde mit einer Sniper getötet, oder? Ja, guck mal, das ist Nephi. Nephi, Nephi! Das ist Nephi. Ich bin hier vorne. Das warst du, du bist doch gerade aus dem Haus gerannt, du. Judy, wo ist er denn? Oh, guck mal, der Silence AB2 hat er getroppt. Guck mal, hier. Der Ivan, du bist doch... Das war nicht random. Der Mörder ist hierhin gerannt. Ich hab doch gesehen, wie du aus dem Haus gerannt bist. Du hast nix gesehen. Er hat mich letztens auch random gekillt. Er kann sich aber auch nicht beschweren. Wenn wir spielen, da spielen alle im Falle. Nee, Fies down. Ist das das erste Mal, dass ihr TDC spielt? Ja, Maxi hat Nephi getötet. Und Fisch kriegst mich noch ab dafür. Ja, du bist ja auch einfach weggelaufen. Ich hab doch die Waffe erst mal zu Hilfe hingeworfen. Die Silence AB2 hab ich dir auf die Füße geworfen, du. Ey, können wir Kundern mal fragen, was nicht spielt? Ja, frag doch mal, guck mal. Der ist ja schon lang genug dabei. Ja, da hat jemand die anders jetzt aufgesammelt. Hätt ich den geholt, ne? Ich seh alles gut. Könnt ja auch. Wir haben zwei Sniper. Oh. Hier beschießt doch nicht. Random? Hey, warte mal. Nils. Wer hier um die Ecke kommt, den knall ich ab. Nein. Hab ihn. Hab mit drauf geschossen, dann ist Maxi der andere. Ich bin auch safe. Ich war hier auf dem Dach. Ich bin safe. Geschont. Das macht sich besser. Maxi ist der andere dann. Echt? Echt? Ich hatte hier gerade so reingeguckt. Goro. Wo ist der denn? Wer Goro? Ja, der ist unter mir in dem Haus. Ah stimmt, der belebt hier Nephi wieder. Hat Nephis Leiche weggenommen. Okay, er hat Hö gesagt. Alles klar. Das ist das Hö. Damit verrät er sich immer jedes Mal. Nephis Leiche habt ihr weggenommen. Goro. Nein, hat er nicht. Ich weiß. Hey, ausgetrickst. Haha Goro. Arschlau. Da ist er gerannt gerade. Hier um die Ecke. Da ist er. Wieso? War es doch? War es doch? Juli hat ihn getötet. Gut gemacht Juli. Er waren drei Eltern. Oh shit. Womit hat er gehandelt? Mit Gamern. Nichts gegen mich Juli. Du bist ein random kill. Man musste dran glauben. Jetzt aber zielstrebig erstmal in die Gartenhütte. Bleibt der für ein paar Sekunden. Kommt wieder raus. Maxi, das will ich auch sehen nächstes Mal. Ja. Hey. Ach Leute. Das nimmt irgendwann kein gutes Ende mit uns. Die Tür, Mann. Wenn wir immer in den gleichen Shop, also in den gleichen Raum laufen. Achso. Ja, aber wenn jemand mal Traitor wird. Traitor. 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 Ja, dann machen wir uns jetzt kommen. Jetzt übrigens Juli und Nephi. Und der dritte? Oh mein Gott. Ich bin Traitor. Eigentlich wäre jetzt auch mal wieder meine Runde. Aber irgendwie. Es ist Kundran, glaube ich. Er leckt hier rum. Nein, ich mach jetzt nicht. Nephi hat gerade gesagt, er ist Traitor. Es ist schon wieder Kundran. Es ist schon wieder Kundran. Nephi ist bestimmt bei seiner Hütte. TauTau holt sich immer die eine Lange ab. Nephi ist immer auf dem Spielplatz. Diesmal hat Kundran seine Gartenhütte in Besitz genommen. Juli, du musst den Stein wieder anfangen. Nephi hat auch gesagt, der ist es. Ich weiß, ich bin dabei. Nephi sagt an, der ist es. Wer ohne Sünde ist, der wer für den ersten Stein. Nein. Okay, alles klar. Hey, du bist nicht Jesus. Alter. Eines Tages schaff ich. Komm, Kundran. Tanze. Ey, Kundran, Mann. Ey, Kundran. Ich hab hier keine mehr. Aua. Ich dich jetzt auch. Aber du hast mich mehr abgezogen, oder? Komm, Juli. Koro, Koro. Ich schau dir erstmal das Auto hier raus. Das hab ich genau gesehen, Koro. Ich hab 63. Ja, ich hab 65. Okay, dann passt das. Was liegt denn hier? Was ist das? Jetzt will ich Nephi töten. Ich bin eingefroren. Juli. Nils. Er muss die Waffe wegziehen. Wo ist er? Wo sind sie? Wer ist es denn? Ich hab alles zugesmoked. Oh mein Gott, Kundran ist im Waffenladen eingebrochen. Ich kann gar nichts sehen. Ja, ich kann auch nichts sehen. Alles voll mit Nebel. Ey, hier. Ey, wer schießt denn da hinten? Das war Kundran. Das war Kranz. Aber der hat auf der Zeit nicht geschossen. Der hat auf der Zeit nicht geschossen. Oh, wo ist Nephi? Nephi hat's angekündigt. Dafür nehme ich jetzt den Ziegel. Nephi hat's gejinnscht. Das Ziegel. Ah! Goro, Goro bei, Goro bei. Goro, Goro, Goro bei. Es ist dann jetzt auch schon mit dir vorbei. Weg! Nicht dahin! Der explodiert doch immer. Oh Gott. Gut. Also Fisk. Also ich... Ah, ich bin angst Sniper. Ja, sag ich Fisk. Oder ist wieder Nephi. Doch Nephi, echt? Grüßer Mann. Ich komm hier nicht mehr raus. Die Tür... Hm. Was ist Brommel Tautau noch so? Tautau, wo wurdest du denn angesnipert? Ich glaub Tautau ist tot gesnipert. Okay, ich weiß wo. Also in den Duschen versteckte sich nicht. Tut tut tut. Tut tut tut. Wen haben wir denn noch? Achso. Ja, wen haben wir denn noch? Gute Frage. Wen haben wir denn noch? Oh. Scheiße daneben! Oh! Geh mal weg! Oh, sehr gut. Gut. Da steckt er, ey. Richtig. Ja, was? Ich muss die Waffe wechseln. Backup, ey. Ja, nur das war für den Stein, den du genommen hast. Wir haben noch nichts gegen McFly. Ja, auch ein sehr guter Taktiker. Heute bei Rainbow Six. Ja, danke, mach mal die Tür auf. Okay, gib du mir Backup. Und dann messert mich einer von ihnen. Und dann messert mich einer von ihnen. Aber dafür konnte ich ihn, also er hat auch nicht gerealisiert, dass ich da stand. Ich konnte ihn auch fast messern. Hätte ich vielleicht tun sollen. Und dann hätte ich mal Opfer gebracht werden, ne? Das war ja mal so. Ich möchte nochmal ankündigen. Der hat der FBI hinten drauf. Der war die Guten. Ich dachte, der FBI ist gut. Kann ich auch nichts für. Das ist bei Rainbow Six völlig relevant. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Könnte Kundran sein. Er kommt nicht hinterher. Er kauft noch. Aber wenn ihr mal guckt. Kundran. Der ist schon so lange dabei. Der kauft so noch. Der ist so lange dabei. Und trotzdem auf dem Scoreboard ganz unten. Erkennt mich hier auf dem. Komm mal wieder rein. Hier, Flisk. Nö. Nö, sagt er. Das ganze verjessen. Hier, willst du wieder einen Sniper haben, Nephi? Sollst du unbedingt aufsammeln. Nimm ich jetzt. Nephi. WCF. WCF. Ja, wenn du die Falle auslöst. Wo ist er denn? Wo ist er? Einfach draufgedrückt. Es ist bestimmt ein Kühlraum hinter der Kantine. Ist das eine Scheiße hier? Grenze in den Kühlraum. 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 Oh Gott, wie low. Kühlraum. Kühlraum, genau. Das war jetzt natürlich eine Überraschung. Oh, Goro. Ich nehm die Pille. Oh Gott. Oh Gott. What? Will ich da rein? Ich hab Nephi gemacht. Wie du vor, Maxi. Da explodiert. Ist Gren schon tot oder? Der ist ja explodiert. Oh, hier ist er tot. Ja, dann ist der letzte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, bitte nicht. Hör auf. Schluss damit. Oh. Du mit deiner Pille. Nimm die Pille, Junge. Heute hat noch kein Baby getroffen. Na, alle Babys waren. Oh Mann, ey. Ich hab so schlecht gegen Nils geschossen. Ich guck einfach. Ich guck einfach. Ich guck Radio. Ich guck da so eine Mikrowelle. Einfach ne Märtyrer. Ich wollt dich brennen sehen. Ihr wisst ja gar nicht, wie man TTC richtig spielt. Grundrat auch nicht. Ey, der blockt mich dauernd, wenn ich Waffen hole. Hey, ich will die Shotgun. Jetzt. Ey, ich steck fest. Ich guck euch durch. Und ich denk so, hä? Warum? Ich hab die Shotgun. Heilandsack. Oh Gott. Die Lache ist das ultimative Böse. Ultimative. Ultimativ. Oh mein Gott. Ich hab die Video vergessen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Entschuldigung. Oh ja, komm. Hier ist ne Shotgun. Ich hab eine. Danke. Hast du denn heute los, ey? Da hat sie den Schuss nur los. Das ist kein Verbrechen, Juli, wenn man fett ist. Nächste Map stelle ich mich. Was war dat? Verbrechen, wenn man fett ist, Grants? Was war das denn? Ja, Juli hab mich beleidigt. Ey. Ich hab gesagt, wat? Oh. Das wat? Das wat? Das wat liegt, äh? Mehr. Ja, ich hab's zum ersten Mal rauf geschafft. Nils, wie findest du das? Hier kann man hin? Nils, wie findest du das? Da kann man hin. Oh, wow. Guten Tag. Störe ich jemanden? Nö. Ah. Das ist ne ziemlich politiger Schiss gewesen. Max ist, Max ist, Max ist kleiner Bruder hinten. Hm? Friendship. Ey. Friendship. Was? Ich hab ne Granate in der Hand gehabt. Hier liegt sie. Hier liegt sie. Man hört doch immer noch die Musik aus. Echt wahr. Eben. Auf nem Parkplatz, auf nem Parkplatz ist er. Seh nix. Ich find das nicht. Ich wollt nur lauschen, ob du das vielleicht machst. Das hat mal das Radio ausgemacht, ey. Die Musik hat nicht filmt, ey. Hör's noch zu. Aber ich hatte ne Granate in der Hand, als ich da rauskam. Ja, vielleicht hast du ja mal gewechselt. Ich spiel keine Musik aus. Ne, ne, die hatte ich schon länger in der Hand. Aua. Das wurde auch. Ist das trotzdem, oder? Nein. Du hast doch grad ja auch im Jank gestorben, oder nicht? Vielleicht bist du's. Oh Gott, da wurde eigentlich voll ausgelöst. Der Feuermagier ist auf dem Boden. Gordon Freeman ist explodiert. Gordon Freeman. Gondran und Julie haben sie auf jeden Fall da duelliert. Könnte Nephi gewesen sein, der war sehr in der Nähe von der Falle. Hey, Julie, warst du's? Nephi wieder? Hier ist einer tot und da kam Julie hier. Oh mein Gott. Und Nephi auch noch das ganze Traitor Park. Nephi, er hat geschossen. Nephi, es ist. Ich komm nicht raus. Nephi. Nephi. Dead Ringer, Dead Ringer. Dead Ringer. Ja. Dead Ringer. Wo ist er? Dafür hab ich nicht gemütet. Bewacht die ganze Umgebung. Der geht bestimmt hier wieder durch, oder? Haltet die Augen auf. Und wer liegt immer tot? Ne, das ist sein. Dead Ringer. Der Hütte, in dem Wohnhaus, hier hinten auf deiner Straßenseite. Stürmen, Leute. Kunran, der ist doch reiber. Durchsuchungsbefehl. Der ist in unserem Lieblingshaus, Kunran. Tautau, gibt es einen Grund, warum direkt entgegengesetzten Weg läuft als alle anderen? Was? Wie? Was? Der ist hier hinten im Haus, wurde gesagt. Warum rennt ihr den anderen Weg? Ja. Tautau. Hey, warte mal, Dalu wird getötet. Fisk. Alles voller Leichen. Ne, ja. Ne, ja. Genau hier vor, genau hier vor. Wo war das Backup, ja? Habe ich da gar nicht Portal Gun gehört? Hier ist ein Sheriff gestorben. Ist doch nicht mehr erlaubt, oder? Hast du den Arnils? Nein, ist doch nicht. Da hinten ist Kunran. Da hätt Grants auf jeden Fall zuletzt gesehen. Ja, aber ich war ja mit dir im Dingens. Was? Juli? Ja. Ich bin's nicht. Kann ich gleich sagen. Friends? Kann ich dir gleich sagen. Ja. Ach, Grancy Boy. Was du nicht sagst. Was du nicht sagst. Grancy Boy. Guck mal, was ich hier hab in der Hand. Das ist ein Baby, ne? Nein. Das ist ein Tudelü. Der Nasker. Ey, gib mir wieder! Niemals rein. Das war Kuntran. Ah, das war Chuli, ist das. Ja? Das muss ich aus wie Kuntran oder? Toten Händen einreißen. Nicht nur in Kaxen, sorry. Ja, Kax steht bei mir, gell? Und? Ja, steht für Kacke. Oh. Da hinten, Kuntran versteckt sich im letzten Eck. Ich hab Nephi eben schon angeschossen. Hinten bei der Spielplatzhütte ist Nephi. Hinten bei der Spielplatzhütte ist Nephi. Hinten bei der Spielplatz ist Nephi. Dead Ringer. Dead Ringer. Bei dem Baum am Spielplatz wie immer. Woo! Der, oh, was wollte Nils da sagen, ey? Der hat bestimmt ein Fate, ich sterb gleich, Nils. Ja, mag sein. Hoffentlich stirbst du, dann krieg ich nämlich meinen ... Wenn ich sterbe, schieß du Grants. Nein, wenn du stirbst, dann nehm ich erst mal meinen DNA-Skanner wieder, den ich von Dalu geerbt hab. Wollen wir einfach Tauta erschießen? Warum? Ja, von mir auch. Aber Juli lebt auch noch. Nephi ist im Haus hier am Ende der Straße. Ist Tauta der Erste gewesen, der sich umgedreht hab und ganz schnell vom Haus weggerannt ist. War Grund auch nicht im Dead Ringer? Haus ist Haus. Ja, alles klar. Er hat den Dete gekillt. Hey, gegen wen müssen wir uns jetzt verbinden? Warte mal. Hey, warte mal. Wieso hatte er keinen DNA-Skanner? Kann ich meinen DNA-Skanner wieder haben? Ach so. Ach so. Und wir richten Tauta durch ihn. Hey, hier. Da ist genau. Ah, da. Es ist auf jeden Fall Fisk. Und ich hab ihn. Nice. Ich dachte, Nils wäre tot, ne? Ja, ich dachte auch. Er hört sich nicht in den Namen rumfliegen. So, hä? Warte mal. Tschau. 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 Tschau.